jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auch vor kurzem mit mir der chris und ihr seht es ist es mal wieder zeit für ein geben case opening und zwar habe ich mir heute zehn gamma 2 kisten geholt und ich werde einfach jetzt mal hoffen dass ich mal irgendetwas geiles ziehe ich habe so lange nichts gutes mehr gezogen das ist schon so lange her und knife ja das wäre schon mal ganz geil wundert euch übrigens nicht warum ich so scheiße aussehe es ist schon übel spät aber ich hatte noch bock ein video zu machen vor allem erst mal wieder zehn kisten hier öffnen und money wasten aber naja wir fangen auch direkt an das video soll nicht allzu lange gehen ich hoffe einfach wenigstens man redskin alter ist mir scheißegal ob farmers oder akai wenigstens man redskin damit ich sehe das game uns noch mag oder halt das messer und ich fahr jetzt ab wann scheiß drauf ich hoffe einfach dass es heute was wird wenn ich diese waffe schon wieder sehen ich kotzen alter die habe ich schon so aufgezogen es leckt erst mal hart rum um p 45 jones da freut man sich doch ja wie gesagt es ist schon übel später nicht muss ich morgen auch arbeiten aber glock 18 strick weasel die könnte sogar was wert sein ist der trick mal kurz gucken einsatz erprobt ok doch die könnte sogar schon was wert sein also nicht ganz so schlecht wir haben auch schlechter gezogen so und ja kommen fick dich ganz ehrlich p90 grimm nachher es fängt schon wieder gut an hier ich hoffe dass wir wenigstens einmal was gutes bekommen oder waren pink skin kommen schon plis geben omp da freut man sich nachher hätte ich das mal doch nicht gemacht aber sechs kisten haben wir ja noch also die chance etwas zu bekommen ist auf jeden fall noch da und wenn ich das sehe könnte ich direkt kotzen ja ventilator da freut man sich doch so die hälfte der kisten ist schon weg schade schade lo geil nice oh shit komm schon gib mir wenigstens einmal was gutes einem dann einem dann final die städtwick so ich spüre es doch irgendwas gutes ist hier noch heute drin schon als ob es kann nicht wahr sein dann dann einfach gehen dann auch leute wir haben nie glück nie glück alter kaum ganz ehrlich was ist das denn möchte einmal glück in dem spiel haben eine kiste haben wir noch kommt schon bitte bitte und purpose gehen scheiß drauf ganz ehrlich oh mann ey wir haben nie glück in dem spiel ist sowas von lächerlich ach du scheiße oh mann und dies der tricks und so hätte ich jetzt gesagt ich kaufe mir noch ein paar waffen und machen trade ob ich gucke mal kurz ob ich noch ein schwerer trade abmachen kann und dann machen wir noch ein twitter im pink twitter würde ich sagen sehen uns gleich wieder so da bin ich wieder ich das hätte ich jetzt echt nicht gedacht die p90 grimm ins der trick die wir gezogen haben bei fünf euro wert und die glock 18 weasel die auf der trick war war ebenfalls fünf euro wert das hätte ich nicht gedacht also so viel verlust haben wir tatsächlich nicht gemacht aber ich mache jetzt ja noch das pink trade ab so schlau wie ich bin ja ich konnte mir jetzt hier noch ein paar skins kaufen paar purple skins für die bei so teuer sind die gar nicht 20 cent pro stück und ich hoffe einfach dass wir jetzt wenigstens die tech 9 voll injector bekommen also heißt sie doch oder ja die ist eigentlich ganz nice die hätte ich auch gerne als skin die anderen beiden werden jetzt nicht so nice aber ich hoffe einfach dass wir jetzt die wenigstens bekommen ich werde das jetzt nicht hier irgendwie ausblenden oder so aber was ich auf jeden fall mache ist ein dicken lümmel der muss immer hier hin der muss natürlich ordentlich was ablassen sonst kann man hier keine tech 9 von injector bekommen mal schauen ich hoffe wir bekommen tatsächlich die tech 9 wenn ich ist auch nicht schlimm ein versuch wer es wert und easy easy peasy leute so kriegt man hier die skins mega nice sie sieht sogar ganz gut aus einsatz erprobt okay ich hätte jetzt gesagt sogar minimalware weil so schlecht sieht die gar nicht aus und ja ich würde sagen das war ganz nice wir haben zwar trotzdem ein bisschen verlust gemacht aber nur ganz wenig hätte jetzt gedacht dass wir ein bisschen mehr verlust machen zwar weil wieder keinen roten skin aber naja wir sehen uns das nächste mal bis dann bis dann